Seid gegrüßt, liebe Freunde, hier zu einem neuen Paketetag bei eurem Alpha Chief und ja, japp, 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 es ist wieder soweit, es ist Paketetag Day und wir werden heute mal wieder ganz gechillt Pakete auspacken und gucken, was hier in diesem Hackmack von super geilen Dingen drin ist. Ich weiß, ihr habt euch super darauf gefreut, schon beim nächsten Paketetag hier mitzuerleben, mitzusehen und bla bla bla. So, fangen wir erstmal an. Das erste, was ich immer wegmache, sind die Promo-Belohnungen. Gucken, was so speziell dafür drin ist. Ui, ja, wenn das nicht, ja, ich auch ein bisschen lecker ist, ne? Einmal Tundra Warthog, ein Wald Warthog, obwohl den Tundra Warthog finde ich jetzt irgendwie stylischer. Normalen Scharfschützengewehr, Feuerspugger, Typhoon, sehr schön. Ja, ein Gun-Ghost, ein Standard, Schwert-Ghost gerne, weil die finde ich gut, robust, natürlich im Gegensatz zu die Ultra natürlich jetzt nicht so stark, aber wichtig, wichtig, wichtig. So, Partikelschwert, glücksiger Schlummer, schönes Ding, Nadelwerfer, Zuliegerwaffe und Arena-EP-Bonus. Nice. Nächste Promo-Belohnung, davon bitte mehr. Gravitationshammer ist cool, Firmen-Skorpion, yes. Ich glaube, das ist jetzt mein zweiter oder dritter. Äh, Chain-Gun-Geschütz, okay. Aktive Tarnung, super, Bazooka, Firmen-Skorpion. Äh, Wild-Ward-Hog, Bazooka, Standard-Banshee. Ja, kann man lassen. Hydra-Werfer, zufälliges Fahrzeug und Bonus-EP-Punkte, yes. So, kommen wir zu dem geilsten überhaupt. Goldene-Paket. Da ist ja immer was ganz Schönes. Wow, Air-Assault-Diss-Prupt, okay. Langstrecken-Funksystem, Air-Assault-Helms, macht ihn besonders beliebt bei Anführungen von Spartan-Feuer-Teams. Doch, Nafitel verkauft diesen Helm, ah, Spezialeinheiten der Armee, gut. Sieht mir so ein bisschen aus wie der von Cat aus Reach, aber ich könnte mich auch irren. Also, schreibt das gerne mal rein. Okay, so, Klaue, der Verlorenen, Zertifikat, okay. Was ist das für eine Waffe? Die Juniere sagen, hier, die entdeckten immer wieder erstaunliche Eigenschaften der Sureskristalle. Ja, so, verbessert Nadelwerfer, der genau kalibrierte Splitter abfeuert, die sich in Panzerung bohren können. Okay, ich müsste es mal testen. So, Dreierwürfel, wird angezogen. Äh, Kriegs-EP-Bonus ist gut, Temposchub. Geiliger, äh, Splitter, okay. Und man schnell zuschlagen kann, der ist gut. Wald, Water, Barzooka, äh, so, dieser typische geile Barzooka. Äh, Glückssäger, Schlummer wieder, Skorpion, Omar, Lichtgewehr, Abscheulichkeit. Yes, Temposchub. Gut, dann haben wir hier noch so die silbernen. Und dann können wir noch, äh, drei goldenen. Aber das mache ich immer wieder zum Schluss. Ihr kennt das ja. So, eng, erstmal täglicher Login-Paket. Erstmal wieder zwei, jetzt wollen wir da einsecken. Super, ein, super. So, sonst natürlich. Alle standardmäßig. Sieht so super aus. Nicht, dass irgendein einkommt. Irgendwas packe ich dann megageiles aus. Und dann, wie war das? Ich glaube, das war der Maddin oder so, der einfach gesagt hat, zieht da einfach das und das. Das war ja so megacool, so gechillt, wie er das gesagt hat. Oder geschrieben hat. Da war jetzt nichts Besonderes. So, Sieg-Paket, Arena. Ja. Ja, her damit. Die, die Dinger brauche ich unbedingt. Her damit. Her, komm. Zap, start up, will haben. Wee, was habe ich na jetzt gezogen? 200 Reck-Points, Schwert, Wraith, okay. Trainer der Lehre, okay. Wald-Gauss-Wartalk. Uh, okay. Und dann noch legendär. Noch schöner. Da ziehe ich das mal eben. Einfach so. So. 100 Reck-Points, Arena-EP, Mission-Sieg-Schachzug. Und nochmal. Anders noch. MbH. Einmal wieder ganz chillig. Feuerschburger, Temposchub. Firm-Aufklärungs-Wartalk. Ja, gut. Das ist so Standard. Gun-Ghost, verleges Fahrzeug. So, verleges Fahrzeug. Sie, 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 sie. Finde ich genial. Was habe ich denn da jetzt schon wieder gezogen? So. Stadt-Mentis. Wie geil ist das denn? Okay, das sieht schon nice aus. Bolzen-Pistole, Karabiner, zufälliges Fahrzeug, Solche-Waffe. Warum nicht, ne? Ziehe ich mal einfach so. So, 200 Reck-Points, Gravitations-Wartalk, Plastik-Pistole. Oh, Regen des Vergessens. Auch ein nettes Ding. Wir sind aber noch nicht fertig. Der Papa, der hat ja noch ein paar Reck-Points. Der kann der Papa sich was holen. Da holt er sich der Papa-Data. Ne? Mal eben, Martin, mal eben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du das mal geschrieben hast. Ein septer Cutter. Okay, das ist kein schöner Helm. Tempel-Banshee-Zertifikat. Yes. Dafür erstmal Tempel-Banshee einsacken. Oh. Vorhochflug. Oh. Ein bisschen für die Liebe. So. Films-Copy und Kaffee-Tunst-Sama. Alles klar. Hagelsturm. Mit zielsuchenden Verhalten abfeuert. Okay, cool. Nice. Raketen-Wartalk. Oh, nice. Extrem selten, mein Lieber. Extrem selten. So, und dann noch hier Brut-Plasma-Gewehr. Finde ich sowieso genial, die Brut-Plasma-Gewehre. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Dann können wir jetzt noch einmal. Machen wir. Hau raus. Mal eben. Freebooter. Cool. Sieht auch irgendwie nice aus. Ich glaube, den ziehe ich unten. Den ziehe ich unten. So, Firmen-Gun-Ghost-Zertifikat. Das ist super. Kriege ich auch nochmal. Super-Kombination. Ja, das sieht schon nice aus. Firmen-Skorpion. Strahlenwerfer. Okay. Strahlenwerfer. Ich weiß. Strahlen-Gewehr. Ja, bevor irgendeiner was schreibt. Typhoon-Benji-Ultra. Yes. Wieder Klaue der Florenen. Und wieder zwei Stück davon. Wann ist klar? Hat keiner Papa nochmal? Was ist das hier denn für eine Pommesbude? Heißer als Allianz-Plasma. Wie geil ist das denn? Angezogen. Er sieht aber old Cyclops. Das sieht aber ulkig aus. Das heißt, das kann sich wie ein Parasit mit den... Wodurch diese Hardware... Oh, weißt du was? Sieht so ulkig aus, als nehme ich einfach zu an. So. Temple-Benji. Ich liebe Temple-Benji. Das sieht einfach nur ultramäßig geil aus. Abschaltigkeit wieder. Sturmgewehr. Arketen-Mortog. Ja, ich meine, ich habe jetzt eigentlich echt keinen Scheiß gezogen, finde ich. Alter, die Pommesbude sieht echt gut aus. Das ist so ultramäßig geil. So. Letztes Stück. Oh. Ah. Dacht, habe ich schon alle. Auch Menno. Oh, ich mache mich aber traurig. Ja gut. Sieht doch... Hat aber irgendwas. Das sieht doch schon... Sieht schon gut aus. Sieht schon gut aus. Kann man da was ändern? Ja, nur die Haltung hier damit und das war's. Wie geil ist das denn? Ah, ist egal. Ich bleibe dabei. Das sieht doch schon ultra aus. Ja, wie gesagt, das war das Paketetagchen für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben und schreibt mir doch einfach mal rein. Oh, ich sehe gerade die Splitter da hinten an der Figur. Die leuchten. Das ist cool. Wie gesagt, falls euch das gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Würde mich freuen. Abo hinterlassen, wäre auch cool. Und schreibt mir doch einfach mal rein, was ihr so geiles bekommt bei den Rekauspackungsgedöns. Das würde mich echt mega interessieren. Und wir sehen uns dann zum nächsten Paketetag bei eurem Alpha Chief. Ich werde dafür sorgen, dass es wieder ein bisschen flüssiger läuft. So, aber ich verabschiede mich. Tschüss, euer Alpha Chief.